Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Freim-Quarantäne-Podcast. Ich bin Jörn Schaar und oh mein Gott, guck mal wie süß der Hund ist. Und es geht schon los. Und ihr seid es nicht. Ihr seid nicht süß. Ihr seid weder süß, noch der Hund, noch Jörn Schaar. Ihr seid gar nichts. Oh, jetzt habe ich so einen Druck auf den Ohren. Weißt du, wenn man... Wir sind krank. Wir sind so krank. Ihr habt es möglicherweise im sozialen Netzwerk eures geringsten Misstrauens mitbekommen. Ich bin gar nicht auf Mastodon. Ja. Oh. Aber du hast es ja auch auf Twitter gepostet. Hallo Lexi, guck mal, siehst du hier. Ja, wir sind krank seit eigentlich Montag. Wir sind jetzt auch im Corona-Game. Yay, können wir endlich mitreden. Endlich können wir mitreden. Haben diesen ganzen Hype mitgemacht. So, wir hatten jetzt Corona. Ja. Dann kann die Pandemie jetzt auch wirklich zu Ende sein. Ja, also was Corona angeht, sind wir echte Late-Adopter. Wir sind wirklich ganz spät bei der Party dabei. Ja. Es gibt immer noch so ein paar Versager, die es immer noch nicht geschafft haben. Na, da kann man stolz drauf sein. Ich finde, wir haben lange durchgehalten. Ja, voll. Mit einer guten Mischung aus Vorsicht und Glück. Ja. Und ja. Das war eine Menge Glück dabei auch. Auch eine Menge Vorsicht. Aber zum Beispiel, also. Ich meine, wir hatten endlich eine gute Ausrede dafür, einfach nichts zu machen. Ja. Aber wir würden echt gerne mit euch ausgehen und so, ne. Aber es ist immer noch Pandemie. Deswegen müssen wir leider hier zu Hause auf dem Sofa bleiben. Das ist echt blöd. Also, ich kann jetzt sagen, dass meine Chance auf einen milden Verlauf dramatisch gestiegen sind. Weil ich ja, also ich habe ja die vierte Impfung und eine Infektion. Ach so. Ja. Also, ich bin jetzt erstmal. Ja, ich habe ja festgestellt, dass, also andere Leute denken ja so, wenn die Corona bekommen. Ah, jetzt hatte ich Corona, jetzt kriege ich das ja erstmal nicht. Ja. Weil jetzt hatte ich es ja. Wie die Bescheuerten. Und ich habe gestern festgestellt, dass bei mir, ich weiß nicht, ob das so eine Art auch so ein bisschen abergläubisches Denken ist, dass es bei mir genau umgekehrt ist. So wie wenn man auf einer Party ist und trinkt und nicht auf Klo geht. Weißt du, dass man manchmal halt nicht auf Klo geht. Weißt du, warum? Damit man nicht andauernd auf Klo geht. Ja, weil du das erste Mal auf Klo warst, musst du ständig auf Klo. Ja. Und ich glaube halt, dass es irgendein Teil in mir zumindest glaubt, dass es so ist. Und ist davon überzeugt, dass ich jetzt ja über, also fast drei Jahre durchgehalten habe oder wir fast drei Jahre durchgehalten haben. Aber dass wir jetzt ständig Corona bekommen werden, weil wir es jetzt einmal hatten. Okay, weil du davon ausgibst, dass wir jetzt dann weniger vorsichtig sein werden in Zukunft? Nee, als ob die, der magische Schutzwahl ist jetzt gebrochen. Okay, warte mal. Was machst du nochmal perruflich? Beruflich. Beruflich. Habe ich vergessen? Ich arbeite seit sieben Tagen nicht. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Oder warum oder so. Keine Ahnung. Nee, wenn irgendwie jemand von magischer Schutzwahl... Ah, du meinst, ich kann den, sobald ich wieder drin bin, kann ich den wieder aufbauen? Weil ich eine Hexe... Wenn ich wieder drin bin. Im Game. Weil ich eine Magiererin bin. Ja, eindeutig. Okay. Wenn nicht du, wer dann... Eben. Ja, wie geht es uns denn? Wir werden so oft gefragt, wie geht es euch denn? Wie wir, wir sind im Arztbesuch, wie geht es uns denn heute? Mir geht es nicht so gut, ich bin sehr erkältet. Also sehr, es ist wie eine sehr, sehr, sehr starke Erkältung. Ja. Am ersten Tag hatte ich so Todeskopfschmerzen. Die haben zum Glück nicht angehalten. Ich weiß ja wohl von mehreren Leuten, dass sie lange diese Kopfschmerzen hatten. Muss ich sagen, ist echt brutal. Also ich komme mit zwei bis drei E-Boots durch den Tag. Wenn du diese Kopfschmerzen hättest, die ich meinte, dann würdest du jetzt hier nicht sitzen und reden. Okay. Weil am Montag, das war wirklich schlimm. Ich meine nicht so ein bisschen underlying headache, ich meine so... Hört man die... Na, natürlich hört man den Hund. Oh, das ist so süß. Dafür gibt es aber diesmal kein extra langes Lexi-Update-Jingle. Nein. Diesmal nicht. Oh. Das war dann doch zu wenig. Hallo. Ja, also ansonsten, es ist ein bisschen erschreckend für mich, war am Anfang der Woche diese Mischung aus... Also genervt sein, krank sein, aber auch Erleichterung über so eine Zwangspause. Aber auch der Gedanke jetzt, wenn ich diesen zweiten Strich nicht auf dem Test gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich gearbeitet die Woche. Auch wenn es mir genauso gegangen wäre wie jetzt. Und ich denke irgendwie darüber nach, wie absurd das ist. Ja. Also was machen wir sonst? Wie krank arbeitet man noch und wieso tut man sich das an? Und wer dankt es einem? Was soll das? Ja. Und jetzt, also ich bin das erste Mal krankgeschrieben, seit ich hier Pastorin bin. Und ich war schon mal einen Tag lang halt nicht gearbeitet oder so oder mich ein bisschen geschont mit ein paar Sachen. Aber es ist das erste Mal, dass ich wirklich eine Woche raus bin. Das beschäftigt mich gerade mehr als die Symptome, was alles auch nervig ist und so, Husten, Schnupfen, total kaputt sich zu fühlen und so. Aber ja, dieses andere, was sagt das eigentlich über mich und meine Einstellung zur Arbeit aus und über meine Gemeinde, was läuft weiter, was läuft nicht und so. Das sind halt eigentlich Sachen, die mich mehr beschäftigen. Und ja, wir müssen halt auch, also wenn du als Pastor oder als Pastorin krank bist, dann hast du halt nicht so, es ist halt nicht so, dass du jemanden anrufst und sagst, hallo, ich bin krank, ich melde mich, wenn ich wieder gesund bin. Sondern du musst ja selber noch deine Vertretung organisieren und so. Und alles andere ja auch. Ja, also genau, ich habe auch heute noch mit dem Hausmeister geschrieben, wann er heute die Kirche aufschließt, damit ich dem Musiker Bescheid sagen kann, der nicht unser regulärer Musiker ist, weil die, unsere reguläre Musikerin, auch krank ist. Genau, musste Vertretung für Beerdigung organisieren, jetzt für einen Gottesdienst, ja, Leuten hinterher telefonieren, ob die Sachen für einen lebendigen Advent von A nach B gebracht wurden und so. Also, also, es ist schon okay, ne, aber, ja, und immer, immer noch irgendwie die einzelnen Mitarbeitenden, die sagen, ja, ich weiß, du bist krank, aber kannst du vielleicht dir über diese eine Sache noch Gedanken machen? Jeder, jeder hatte so eine Sache. Ja. Also vom Büro, ja, aber kannst du dann vielleicht dir noch, welche Karten wir jetzt bestellen wollten, dann vom Kirchengemeinderat, ja, du bist krank, aber kannst du vielleicht jetzt wegen dem Essen gehen im Januar, kannst du dir, wenn du dir da nochmal Gedanken machen könntest? Und der Hausmeister sagt, ja, ich weiß, du bist krank, aber jetzt so wegen Weihnachten, also da würde ich jetzt schon gerne wissen, was ich da jetzt aufbauen soll. Jeder hat halt so einen, kannst du dir da vielleicht gerade nochmal Gedanken drüber machen? Ja. Nee, Leute, lass mich in Ruhe. Ja, so ist es. Ja, ich habe ja den Luxus, dass ich einfach sagen kann, okay, also ich habe, müsste noch nicht mal, aber ich habe eine Abwesenheitsnotiz eingerichtet, ich habe mein Diensthandy ausgeschaltet und habe in die Abwesenheitsnotiz geschrieben, dass ich mich melde, wenn ich wieder am Start bin. Hast du am Start reingeschrieben? Achso. Im Dienst. Bin gerade nicht da, ich sage Bescheid, wenn ich wieder am Start bin. DLF, YOLO. Und diese Abwesenheitsnotiz kriegen aber auch nur die Leute, die bei uns im Unternehmen arbeiten, also wer mir von extern eine E-Mail schickt, der bekommt halt einfach gar nichts. Der hat halt Pech. Gibt es denn jetzt Beiträge dadurch, die von dir ausgefallen sind, wo du schon für gearbeitet hattest? Naja, also es gibt zumindest einen, der nicht stattfinden wird, da habe ich jetzt noch nicht so viel für gearbeitet, das war halt diese Idee, als ich auf Helgoland war, haben sie ja am Strand einen Kegelrobbenheuler gefunden, der mit mir aufs Festland geflogen ist. Oh ja. Und ich hatte dann vor, eine Reportage zu machen, wie der in der Seehundstation. Oh, jetzt machst du das nicht. Jetzt mache ich das nicht. Das liegt aber nicht nur daran, dass ich jetzt die Pest am Hals habe, sondern es liegt auch daran, dass die Seehundstation auf sämtliche Kontaktanfragen in der Sache nicht reagiert hat. Also die wollen das, glaube ich, nicht, sind dann aber auch offenbar zu beschäftigt oder zu, ich weiß es nicht, um zumindest abzusagen. Oh, was meinst du, warum? Oh, vielleicht hat die mich aber auch angerufen. Ist dein Handy aus? Mein Handy ist aus. Oh. Ja. Na gut. Okay, das wollen wir ehrlich sein, aber ich könnte es jetzt sowieso nicht machen. Ja, aber vielleicht geht es noch, wenn du wieder gesund bist, weil der ist dann immer noch süß. Ja. Der Heuler ist dann immer noch süß. Also der Beitrag soll halt kurz nach Weihnachten oder um Weihnachten herumlaufen und dann wird es schwierig, wenn ich bis Donnerstag krankgeschrieben bin. Aber genau, das ist ja die nächste Frage, wann sind wir wieder negative? Ja, denn das ist ja das andere, also wir sind ja, wir haben uns ja krankschreiben lassen, weil wir Symptome haben. Also so kann man es ja begründen, dass man eine Krankschreibung bekommt, denn in Schleswig-Holstein ist es ja so, dass man das eigentlich gar nicht mehr braucht. Dann darf man zwar rausgehen, auch wenn man Symptome hat und man darf auch arbeiten gehen, man muss aber eine Maske dabei tragen, wenn man in Innenräumen ist. Darf man mit Symptomen auch rausgehen? Ja. Wow. Ja, du darfst ganz normal dich draußen aufhalten. Wir können einkaufen gehen, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir können im Restaurant essen gehen, wenn wir wollen, solange wir in Innenräumen eine Maske tragen. Aber beim Essen wird es schwer, eine Maske aufzuhaben. Ist nicht unser scheiß Problem, sagt die Landesregierung. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich gäbe es dann irgendwelche Hinderungsgründe, warum man nicht im Restaurant essen gehen darf, aber es steht zumindest nicht explizit drin. Der einzige Platz, wo man nicht hingehen darf, wenn man Symptome hat, ist Pflegeeinrichtungen, Wiedereingliederungshilfe-Einrichtungen und Krankenhäuser. Oh, das ist so abgefahren. Es ist komplett abgefahren. Also ich werde auf jeden Fall mich so lange krankschreiben lassen, wie ich positiv bin. Ja. Und ja, es wäre sonst auch heilige Abenteuer. Ich habe ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch. Genau, eine Infektion. Ich huste euch alle nochmal an, ihr habt jetzt alle Corona. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Nein, wir bleiben schön zu Hause. Und auch Eugenia, sie ist zwar negativ getestet, aber sie hatte auch Symptome gehabt und sie ist jetzt vorsichtshalber diese Woche auch zu Hause geblieben. Kann auch gut eine Pause mal vertragen. Was sehr niedlich war diese Woche, sie hat ja ihren Adventskalender von euch, also von ganz vielen von euch was geschickt bekommen. Und da sie negativ getestet ist, isolieren wir uns hier auch quasi innerhäuslich oder wie sagt man das? In der Hausgemeinschaft. Absonderung. Genau. Also Jörn und ich sind oben und wenn wir im Flur sind oder unten, dann tragen wir Maske, lüften zwischendurch, blablub. Und dann haben wir immer, abends habe ich mit dem Gastini zusammen dann das Adventskalender aufgemacht über Video Chat. Also über Video Call hat sie dann das unten aufgemacht und ich war dabei oder wir auch zum Teil. Ich habe eine kleine neue Tradition schon diese Woche hier gegründet und liebe Menschen aus meinem Chor haben uns mit Lebkuchen versorgt und uns die Dinge an die Tür gebracht. Und andere liebe Menschen aus diesem Twitter und echter Freundschaftswelt haben uns Hilfsangebote gemacht. Und Dani kann ich sagen, Dani ist für uns losgezügert und hat das Weihnachtsgeschenk für das Gastini geholt, was wir holen wollten diese Woche. Aber natürlich jetzt nicht geschafft haben. Das ist auch einfach richtig, richtig toll, dass ja immer auch so viele Leute anbieten, brauchst du was oder so. Oder auch einfach Leute Care-Pakete schicken. Ja. Und da sehr große Freude mit auslösen, weil da italienische Kekse mit sind. Ja, das stimmt. Ja, dann war ja, was auch noch passiert ist, im Prinzip zeitgleich mit unserer Infektion, war ja dieser grandiose Wintereinbruch, den wir hier in Nordfriesland hatten. Ja. Hier liegen gerade 30 Zentimetern Schnee. Es ist so hübsch. Es ist irgendwie, wir hatten minus 6 Grad heute Morgen, als ich auf der Hunderunde war und als dieser Schnee runterkam, das war so krass, ich war gerade auf der Hunderunde und kam nach Hause und hab mir halt so dann die Kapuze abgezogen, um die Maske aufzusetzen, weil ich ins Haus rein wollte und hatte dann so ungefähr 5 Zentimeter Schnee auf der Kapuze. Das war ganz schön krass und das ist ja auch wieder sowas, wo Eugenia sich wahnsinnig drüber freut. Und sie war so glücklich mit dem Schnee, sie hat sich so gewünscht Schnee zu sehen und den einen Abend, aber als es das erste Mal geschneit hat, das war vor unserer Quarantäne. Das war vor unserer Quarantäne, aber da kam ja dann noch ordentlich was nach. Ja, da kam doch richtig viel, genau, das erste Mal waren es so ein bisschen Flocken und da war sie draußen dann und sie stand zum ersten Mal im Schnee, also sie hat zwar vorher schon mal Schnee gesehen, aber sie stand noch nie draußen, als es schneite, also es hat noch nie auf sie geschneit vor, sie war so glücklich. Ja, es ist schon sehr, sehr hübsch. Ja. Aber auch gut, dass wir gerade nirgendwo großartig hinmüssten. Das stimmt. Lexi Update, das Neueste vom Fusslöhrchen. Einmal war ich noch spätabends oder nachts mit dem Hund draußen und da hat er super viel geschneit und ich machte die Tür auf und also für Lexi war es wirklich, als ob da eine Wand vor ihr wäre, weil der Schnee an der Haustür halt ungefähr so hoch war wie sie. Und sie gleich sich umgedreht, du bist so bekloppt. Und ich sie, ja, es nützt nichts, mein kleiner Hund, wir müssen jetzt raus. Ich versuchte den Schnee so ein bisschen, natürlich war auch die, wie heißt das? Schneeschaufel. Ja, ich wollte gerade sagen, wo man mit dem Schnee schaufelt, ja. Die war natürlich im Schuppen. Ich kam mich ja auch nicht ran. War so schlau von dir, dass du dich jetzt vor der Tür hast stehen lassen. Ach, du bist so schlau. Also ich hab den Schnee so ein bisschen runtergetreten und musste den Hund dann erstmal überzeugen rauszugehen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt, wo Hunde einfach so in Schnee springen und dann weg sind oder immer so wie so ein Flummi einfach immer wieder so hochhüpfen und im Schnee verschwinden. Genau so war das mit dem kleinen Hund. Das war super. Ja, und so war es am nächsten Morgen dann auch noch, als ich mit ihr aus der Hunderunde war und sie halt so wie so ein Flummi durch den Garten springen musste, damit sie irgendwie vorwärts kommt und dieses Vieh, also die springt ja nicht einfach nur hoch, sondern die springt ja dann auch noch weit. Also bin ich dann also mit Gummistiefeln hinter ihr hergerannt, weil, also du warst zum Glück schlau genug mir zu sagen, zieh dir hohe Schuhe an. Hohe Schuhe reichen nicht. Und ich habe also meine Gummistiefel angezogen und bin hinter ihr durch den Schnee gerannt und ich war fix so fertig, als wir am Gartentor ankamen. Weil ich natürlich dann keine Zeit hatte, mir die Maske abzusetzen, die Nase war zu, ich war auch noch irgendwie, ich war nur am Husten erstmal für ein paar Minuten. Aber der Hund hatte Spaß. Aber der Hund hatte Spaß. Ja, sie kann, ich glaube auch, dass sie dann schon ein bisschen Angst bekommen würde, wenn sie durch den ganz hohen Schnee muss, wenn sie nicht weiter kann. Wenn man sie dann festhält und sie ist dann ja im Schnee, dass sie dann vielleicht ein bisschen Panik bekommen würde. Das war auch meine Sorge, deswegen habe ich das auch. Aber irgendwann hast du doch mal mir auch geschrieben, ich sollte den Hund einsammeln und dann bin ich an der Tür gestanden und sie ist, du warst am Gartentor geblieben. Ja, weil ich das filmen wollte für meine Eltern. Hast du es gefilmt? Ja. Ich weiß aber nicht, wie gut man es darauf sieht, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Weil ich das so wahnsinnig witzig fand. Du bist auch wahnsinnig witzig. Ja, hilarious. Hilarious. Endlich hatten wir mal Zeit, Wednesday zu gucken. Oh ja. Überhaupt mal wieder zu Netflixen. Wir versuchen das Positive zu sehen an der Quarantäne-Woche. Genau. Es ist gerade Zeit, wirklich mal was wegzubingen. Das ist ganz gut. Endlich mal wieder schön was wegbingen. Klingt auch ein bisschen unanständig. Ja, und wie ist denn unser, wie finden wir denn Wednesday? Gute Serie, gute Serie, muss man sagen. Ich finde es ja super, das war mir gar nicht klar, dass das die Schauspielerin ist, die auch schon in den beiden letzten Addams Family Filmen die Wednesday gespielt hat. Das habe ich überhaupt gar nicht auf dem Zettel gehabt. Die habe ich gar nicht geguckt, die Filme. Hast du was gelernt? Können wir noch nachholen. Wir haben die immer, also wahrscheinlich werden die gerade bei Netflix gestreamt. Achso. Ja, und da war sie schon als Kinderschauspielerin, das war ja in den 90ern. Die Älteren können sich... In den 90ern? Ja, ja, 93 kam der erste Addams Family Film raus. Die Älteren freuen sich, dass... Ach, die, ja, dann... Also die habe ich geguckt. Ja, siehst du. Ich dachte, es gibt jetzt irgendwelche aus den letzten Jahren. Nein. Hä, aber wie alt ist sie denn? Die ist, ich glaube, 1980 geboren. Ach, echt? Warte mal, die... Aber die spielt doch eine Teenagerin. Ja, das ist ja wie immer in Hollywood-Filmen, dass Leute Teenager spielen, die eigentlich Mitte 30 sind. Ich war, das weiß ich, das war... Ich glaube, das Gestehen, wenn man 1980 geboren ist, dass man dann Mitte 30 ist. Ja, ich weiß. Nein, ich erinnere, ich erinnerte mich nur gerade daran, dass ich damals, als ich noch Bravo gelesen habe, die Bravo über, wütend in die Ecke geschmissen habe. Ich fand nämlich den Wayne's World Film so geil und fand vor allen Dingen Garth total witzig. Und dann stellt sich raus, dass der Typ, der da einen Highschool-Schüler spielt, 36 war. Das war für mich damals, der war kurz vor Rente. Und ich fand das, ich fühlte mich unfassbar verarscht davon, dass ein uralter Mann, der mein Opa hätte sein können damals in meiner Wahrnehmung, dass der einen Jugendlichen spielt. Aber das ist halt auch etwas, das nicht aufgehört hat. Hast du das Drama mittlerweile überwunden? Ganz schwer. Ja, weil übermorgen der neue High-Alarm-Podcast rauskommt. Wow, bist du etwa heute noch zur Aufnahme verabredet? Ich bin heute noch zur Aufnahme verabredet. Wow. Übermorgen kommt der neue High-Alarm-Podcast raus und darin sind auch zwei Menschen, die angeblich noch in der Highschool sind und die aber definitiv über 40 sind. Ja. Wobei generell muss man ja sagen, dass die Wahrnehmung von Alter sich enorm schnell verändert, hat, wenn man Altert. Ja. Also selber. Richtig. Na gut, also Wednesday Addams, gespielt von Christina Ricci. Ricci? Ich weiß es nicht, wie man ihren Namen macht. Ricci? Ricci. Super, guter Film, macht einen heilen Spaß. Serie? Ist eine Serie? Es fühlte sich an wie ein Film. Wir haben ja fast alles am Stück geguckt. Ich war ganz irritiert. Da, wo normalerweise Werbung kommen würde im Fernsehen, da kam immer der Abspann. Völlig, völlig faszinierendes Konzept. Ist ja hilarious. Und es hat einen Mordspaß gemacht, das zu gucken und ich wollte noch irgendwas dazu sagen, was mir dazu eingefallen ist. Achso. Machst du jetzt so ein Tanzvideo auch, weil alle machen jetzt die Videos mit so zu tanzen. Aber was ich neulich, nachts konnte ich nicht schlafen, weil ich halt den ganzen Tag geschlafen habe. Kann ich das kurz erklären? Bitte. Manche haben es vielleicht nicht geguckt, es gibt so eine Tanzszene in Wednesday und es ist so ein TikTok, YouTube Trend gerade, das nachzutanzen. Und ich dachte, es wäre schön, wenn du das auch, diese Moves für uns mal. Ja, nee. Okay, na gut. Aber witzig ist, ich hatte einen Zusammenschnitt in meinen Instagram Reels und da war eine Referenz auf genau die gleiche Tanzszene von der Addams Family original und ich weiß gar nicht mehr, ob es die Serie war oder ein Film. Aber es war schwarz-weiß, deswegen wird es wohl die Serie gewesen sein. Okay. Also es sah 1A original genauso aus. Ah ja. Und die Tatsache, dass sie das selber war, könnte natürlich darauf hindeuten, dass es aus einem der Addams Family Filme war, wo sie das selber so getanzt hat. Okay. Aber so weit reichte mein verpesteter Detektivsinn dann doch nicht mehr. Verpesteter? Oh, das kenne ich. Aber ich bin leider viel zu brainfroggig. Es war exakt das. Genau. Ich habe übrigens mehrere, okay zwei, aber das sind mehrere, Rückmeldung bekommen, dass unsere Hörerschaft es sehr positiv aufgenommen hat, dass ich dich zu deinem Job interviewt habe. Ja. Und das gerne auch nochmal wieder, nicht jetzt, aber in einer anderen Folge von Gesche Schass beim Podcast können wir das gerne nochmal aufgreifen. sagen die. Ja, aber hat dir jemand geschrieben, dass er das kacke fand? Nee, das stimmt. Siehst du? Ja. Danke. Ja. Danke auch. Abgesehen davon. Von mir gibt es ironiefreies Danke. Ja. Abgesehen davon. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis das passiert, bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schass beim Podcast. Alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.